Ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem heutigen Alpin-Tutorial erkläre ich euch, was ihr für einen Notfall beim Bergwandern mit dabei haben müsst. Bei jeder Bergtour gilt, eine allgemeine Notfallausrüstung ist immer mit dabei. Hiermit kannst du nicht nur Blasen an deinen Füßen versorgen, sondern auch Wunden und kleinere Verletzungen. Achte darauf, dass die Apotheke stets komplett ist, um im Ernstfall reagieren zu können. Ein Biwaksack schützt einen Verletzten vor Auskühlung und ist eine wichtige Ergänzung zur Notfallapotheke. Eine weitere Sicherheitsreserve bildet eine Stirnlampe. Damit findest du in der Dunkelheit nicht nur den Weg zur nächsten Hütte, sondern kannst im Notfall auch auf dich aufmerksam machen. Eine kleine Pfeife oder die Handylampe helfen dir auch dabei, anderen deinen Standort zu signalisieren. Idealerweise kann mit dem Mobiltelefon ein Notruf abgesetzt werden. Wichtig hierbei ist die klare und vollständige Meldung an die Rettungsleitstelle. Hierzu solltest du in der Lage sein, die 5 W-Fragen zu beantworten. Was ist passiert? Wo ist der Unfallort? Wie viele Personen sind verletzt? Wer meldet den Notruf? Und warten auf Rückfragen der Leitstelle. Die wichtigste und anspruchsvollste Frage ist die Wo-Frage, also eine genaue Angabe der Position. Im besten Fall kannst du eine GPS-Koordinate an die Leitstelle weitergeben. Ist dies nicht möglich, bleiben dir Karte und Höhenmesser zur möglichst genauen Standortbestimmung. Um im Ernstfall richtig handeln zu können, bietet es sich an, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Ein paar Lerneinheiten in behilfsmäßiger Bergrettung sind eine gute Investition für jeden von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017